Ostern ist bald für La Seda, für Opa, Kegel und Kind, weil da die blauen Kena frisch gestrichen sind. Und beim Eiersuchen fährt man dem Wäldchen von weit, schon die Kinder einfluchen um die Mittagszeit. Und zu den Laufen den Tischen erzählen wir die frische Wort, und nach Ivrit und Fischern gehen wir das nicht so nah. Und nach Ivrit und Fischern gehen wir das nicht so nah. Untertitelung des ZDF, 2020 Und nach Ivrit und Fischern gehen wir das nicht so nah. Und nach Ivrit und Fischern gehen wir das nicht so nah. Untertitelung des ZDF, 2020